Ich bin für dich da, ich werde kommen und dich retten. Es ist etwas kaputt im Haushalt und jemand sagt, ich kann das, ich brauche nur zwei Dinge aus dem Baumarkt und einen halben Sonntag. Stellst du sie, deine Moral, ins Internet, dann lass mich dir sagen, niemand kann es mehr hören. Die Erde zerfällt wie Teig, der wieder zu Mehl wird und glücklich sterben wir alle. Das Wunder ist jetzt groß. Segne es mit Wollust, Völlerei und Faulheit.